Ja, also drei fehlen mir noch. Also ich weiß, dass im Schloss mindestens zwei Geheimgänge noch unerforscht sind. Ja, und die andere Karte, die bekomme ich ja... Ach Gott. Kommen die wieder oder was? Ey, was soll denn das? Achso, ich kriege aber nicht noch mehr Punkte. Schade. Ja, dann gehe ich jetzt... Ich weiß ja nicht, ob hier auch was ist. Ne, da komme ich leider nicht hin. Aber da ist noch ein Geheimgang. Da gucke ich mal eben, ob da noch was ist. Ja, und egal. Also hier Rons Schwester, die interessiert mich nicht. Also die ist ja entführt. Aber ach, ich gehe lieber hier Schloss erkunden. Und sammle Karten und so. Ne, ist ja auch viel lustiger. Ah, hier viel kriege ich auch keine Punkte. Schade. Oh, wie schön. Boah, die Boni brauche ich eigentlich alle gar nicht. Ja, das war's. Schade. Keine Karte. Oder hier ist irgendwie noch was. Ich weiß es nicht. Sieht mir aber nicht so danach aus. Ja. Ah, nee. Oder warte mal. Ich gehe noch mal zurück. Ich habe noch eine Idee. Noch eine Sache, die ich gucken könnte. Oh, jetzt sind die schon wieder da. Ja, komm. Komm. Oh, nee, die ist nicht. Toll. Und zwar lohnt es sich manchmal, in die Luft zu gucken. Aber hier ist leider... Nee, hier ist nichts. Na ja. Das hört sich an. Ja, ich glaube, dann habe ich hier auch alles erkundet. Dann würde ich sagen, äh... Was fehlte mir im Kräuterkunde? Der Rennpokal, ne? So. Weil ich weiß gar nicht, ob das dann auch als Karte zählt, oder... Keine Ahnung. Naja, bei dem kann ich eh nichts machen. So. Ja, dann probiere es jetzt noch mal. Na, möchtest du noch mal versuchen, den Rennrekord zu brechen, Harry? Ja, du Kindergartenkind. Möchte ich. Die reden echt alle wie... Wie so Kleinkinder. Ich meine, Ron und Hermine reden doch auch nicht so. Also, ich verstehe einfach nicht, warum man... Warum man das dann nicht entsprechend angleichen kann. Mann. Boah, mach doch mal schneller, ey. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Das ist ein bisschen knapp, ne? Ja, hier bin ich, glaube ich, auch einmal runtergefallen, ne? Ich weiß, ich habe da nicht mehr hoch. Das hat ein kleines bisschen rumgelegt. Yes. Ich habe gewonnen. Sehr gut. Du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Als Belohnung erhältst du den Kräuterkunderennenpokal, Harry. Yay. Ja, grün. Schön. So. Okay, dann habe ich das schon mal. Ja, gut. Toll, jetzt kann ich... Wo geht es hier nochmal? Kräuterkundeunterricht, Hagrid's Hütte und Greenwich Feld. Hm. Na, ich weiß jetzt gar nicht, wo es hier lang geht. Ah, raus, okay. Ja, schade. Also, ich hätte jetzt eigentlich sehr gerne noch meine Note verbessert. Aber, weil der blöde Lappen weg ist, geht das nicht. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt noch die Geheimgänge absuchen. Ne, weil zwei fehlen auf jeden Fall. Und dann habe ich... Ja, gut. Ah, ich weiß nicht. Dann fehlen mir immer noch Karten. Dann kann ich... Dann kann ich doch den nicht herausfordern. Naja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja auch was übersehen und finde das dann jetzt noch. So, also ich klapper jetzt alle Geheimgänge ab. Kann ich jetzt, glaube ich, auch alle zaubern, ne? Also, ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig. Aber ich möchte halt wirklich ganz gerne alles mitnehmen. Hä, jetzt ist sie auf einmal auf. Wieso ist denn da auf einmal offen? Hä? Wieso? Ach, krass. Hä? Inzendio? Hä, das verstehe ich nicht. Äh, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Geht die denn auch noch auf? Das würde mich echt mal interessieren. Warum ist die denn jetzt aufgegangen? Witzig. Naja, egal. Ja gut, ne? Dann, äh... Naja, geh mal richtig, bitte. Dann, ähm, würde ich sagen, klapper ich jetzt mal alle Geheimgänge ab. Also, ich glaube, hier war ich schon. Aber ist egal. Ich gucke mir jetzt wirklich alles nochmal an. Weil ich definitiv auch nicht weiterkam bei einigen. Äh... Ja. Also, bei diesen hier weiß ich das zum Beispiel gar nicht. Kann sein, dass ich hier schon war. Aber, wie gesagt, ich will nochmal alles durchgehen. Ah, genau. Genau. Hier war das erste Mal, als ich Pause gemacht habe, heimlich. Genau. Ja, der Sound mal wieder. Sehr schön. Also, da muss ich auch sagen, das ist eine Sache, die mich echt... ...dass der Sound die ganze Zeit so leckt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also, ich habe jetzt schon drei verschiedene Treiber ausprobiert. Und ich hatte das Problem wirklich bei allen Treibern. Und, ähm, ich glaube, dass es wirklich die Datei ist. Dass die falsch kodiert ist oder so. Dass die springt nach einer gewissen Zeit. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, man darf ja nicht... Man darf ja nicht vergessen, es ist ja nur ein Image. Nee, aber da will ich ja jetzt eigentlich gar nicht hin, ne? Ich mache mal folgendes. Ich speichere mal. Aber, auch wenn es ein Image ist, ich habe halt die Spiele... Ich habe die im Original, nur ich kann halt nicht von der PS1 aufnehmen, ne? Da, genau. Da oben ist die Karte. Ja, und das ist Emulatoren, gibt es ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Gibt es ja auch von allem. Ja. Ja, dann renne ich hier. Ah, ja, genau. Oh, nein, Harry! Aber zum Glück kann ich hier... So. Wäre die Milius. Oh. Wäre die Milius. Ja, was mache ich denn mit den Bohnen eigentlich? Ach, cool. Ach, egal. Ich muss ja auch nicht alle... Da. Daisy Doneridge. Yay. Zwei fehlen mir noch. Mal sehen, ob ich die noch kriege. Das hoffe ich ja sehr. Ja, oder ich muss halt wirklich noch mal versuchen, da die Karte von... vom Endgnomen da zu kriegen. Boah, ey. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. zur hinteren Halle, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich weiß, dass mir... Da, da ist noch einer. Muss ich mal eben gucken. Tür öffnen. Ja, genau. Genau. Oh, zum Glück habe ich das recht schnell gefunden. Oh Gott. Ah, cool. Ja, sehr geil. Cool. Also mir fehlt jetzt theoretisch nur noch eine. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher... Was konnte ich hier machen? Hier ist zu. Okay. Ah, nee. Hier muss ich nicht hin. Genau. Nee. Kann ich eigentlich wieder rausgehen? Genau. Ach so, dann... Ich glaube, ja, mit dem komischen Pokal ist dann eigentlich egal, weil... Weil... Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sogar ein A-Plus kriegen konnte. Ich weiß das echt nicht mehr. Keine Ahnung. Bibliothek. Ich glaube, da habe ich alles. Ach, Mann. Das ist aber auch blöd, jetzt alles abzuklappern, ne? Vordere Halle. Ja, da. Das war, glaube ich, das mit dem Ritter. Hm. Ah, aber ich habe noch eine Idee. Hä, warum bin ich denn jetzt hier? Ach, Mann. Bin ich einmal im Kreis gelaufen. Blöd. Ich gehe nochmal ins Oberschloss, weil Lockhart ist ja jetzt nicht da und es gibt ja einen Geheingang. Da konnte man ja... Ja, in sein Büro will ich jetzt noch nicht. Oh, jetzt gehe ich jetzt schon wieder im Kreis. Ne, warte mal, ich muss mal eben gucken. Oberschloss, da wollte ich hin, genau. Ja, das mit den Ladebildschirmen ist total nervig die ganze Zeit. Also, das stört. Es lädt wirklich echt oft. Genau, hier wollte ich... Lass mich dich töten. Mann, halt doch einfach mal die Klappe. Klappe. Komm zu mir. Ich komme nicht zu dir. Mann, jetzt halt doch die Klappe endlich. Mann. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Da weiß ich nicht mehr, ob ich hier... Also, ich war hier schon, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob ich hier alles sammeln konnte. Also, es tut mir jetzt leid, wenn ich hier alles nochmal mache. Aber mal gucken. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr, ne? Ja, toll, genau. Fall erst mal runter, Harry. Alles gar kein Problem. Also, ich weiß, ich war hier schon, aber bei einigen Sachen konnte, konnte man, kam man nicht weiter. Das weiß ich halt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hier auch der Fall war. Deswegen... Oh Mann, lauf doch mal richtig. Ne, hier war ich zum Beispiel schon. Da war hier eine Karte, genau. Ja gut, okay. Hat sich das erübrigt? Also, was ich bisher ja sagen muss. Oder sage ich das vielleicht erst zum Schluss. Ich möchte jetzt eigentlich noch keine... Noch... Noch kein Urteil über das Spiel abgeben. Also, was mir nur aufgefallen ist, dass es hier mehr zu erkunden gibt, auf jeden Fall. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als wenn das Spiel... Als wenn das mega schnell irgendwie... Ja, es ist mega schnell zu Ende, glaube ich, ne? Wenn man das jetzt alles nicht machen würde. Ah, da laufen welche. Ja klar, einfach da durch. Gar kein Problem. So, genau. Dann gucke ich jetzt hier noch mal. Nee, ich glaube, hier war ich auch schon. Ja. 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 Ja, hier war ich auch schon. Genau, da war da oben nämlich die Karte. Ja, schade. Also, mir fällt jetzt gerade auch keiner weiter ein. Aber ich meine, da gab es noch einen Geheimgang mit Kerzen auf so einem Tisch, die man dann runterkloppen konnte. Hm. Mädchenklo. Vielleicht ist da ja noch was. Mal gucken. Ach, wollte Ron nicht hier hingehen? Ja, der ist hier natürlich nicht, ne? Äh. Warum, warum ist denn hier keiner? Ron wollte doch hier hingehen. Warum ist denn der hier nicht? Ach, Mann. Ja gut, hier ist also auch nichts. Ach, Mann. Ich wollte doch aber den Slytherin-Meister besiegen. Obwohl, mir fehlt ja nur noch eine Karte, ne? Wie viele Karten gibt es denn? Albus Dumbledore. Schuldirekter von Hogwarts. Ja. Also, mir fehlen tatsächlich nur noch... Wie viele? Albus. Fünf Karten. Ja, ich glaube, dann versuche ich das jetzt nochmal mit dem Gnomen weitwerfen. Ich probiere das jetzt, wenn ich das geschafft haben soll. Halt die Klappe! Komm zu mir! Nein! Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Gnomen weitwurf. Und, ähm... Ja, weil dann habe ich 20 Karten. Bartvogel! Aber ich weiß nicht, ob ich damit zum Champion komme. Keine Ahnung. So. Das wird mir auch direkt angezeigt. Gut, okay. werden hier ja nicht so Jake jetzt ge Bilm слов. Und, das ist ja nicht so jemand da, aber ich bin kein帅. Ja. Wenn ich so wollte, dann wäre es zu typen. Ja tut ihr hier nicht. Vielen Dank.